Musik Au Oh, 4 Ach jetzt, als siehst du mal nichts, schön Ich habe leider den Anfang verpasst Ich erzählte gerade der Montageeinheit, dass ihr immer menschlicher werdet Wir denken, es reicht Ich habe die Lösung schon Hä, wie einfach Jetzt kommt noch so, ja sammelt das und das auf Ja, warte, wir kommen hier Du kommst nicht hoch Ja, aber jetzt, hä Warte, 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 lass mich jetzt mal rüberkommen Da ist ein Zeichen, was heißt das? Ah, hier ist so ein Laserding Okay, das heißt, wir brauchen Würfel erstmal Du brauchst einen Laser Warte, bleib mal du oben Ah, ich weiß, wo der ist Das habe ich jetzt verkackt Ich weiß es nicht Ne, das habe ich verkackt Ich meine, wir brauchen noch irgendeinen Laser Ja, ich weiß auch Ja, ich weiß auch, wo der ist Aber ich habe das falsch platziert Ah, ich glaube ich brauch dein, ja genau Ne, hä? Ja, sag mir mal, zeig mal Wo ist das? Ne, also das bleibt da, aber das da muss halt so, dass du hier hin oder irgendwie Ich frage mich gerade sowieso Ich frage mich gerade sowieso, wo ist der Laser? Warte, ich kann den hier hinschicken Hälfte ist hier Müssen wir das Ding, müssen wir jetzt, äh, dran schießen oder was? Also ich muss hier rüber fliegen und dann muss ich halt da rüber kommen Ach warte, ich bin dumm Jetzt kannst du es machen Ich glaube, ich kann im Klassenschimmer, was ich mache Da kannst du es jetzt machen Und dann da hoch Genau Ich glaube, ich muss besser höher Ja, du musst höher Ein bisschen mehr nach rechts Ja? Ja Aber nicht viel Ja, genau so Ach, da oben ist der Laser, okay Was passiert jetzt? Äh, da kam so ein Cube runtergeflogen In der Mitte Wo? Äh, wenn du jetzt rausguckst Okay, dann musst du jetzt doch nochmal runter Ah, du musstest dann auffahren Warte Nein, hä? Ne Warum machst du das mit Orange? Genau, warum machst du das? Versuch mal so Einfach den aufzufangen Und dann muss ich das, äh Hey Also wie bald die Ach so, ich fliege hin und her Ja, 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 aber erst, warte Ähm, drück Ja, fast Und, drück Nice Warte Eigentlich musst du ja nur den Würfel hier durchgeben Und dann könnte ich den platzieren, dann kannst du wieder zurück Ah, da müssen wir auch noch, oh, okay Ja, wir müssen halt oben, müssen wir noch irgendwie was hinsetzen, aber ich Komme so, grad nicht so, äh, aber müssen wir Darüber müssen wir ja nochmal, ähm Genau, guck runter Äh, 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 äh Hehehe Ist es richtig? Nein, ist es nicht, weil ich jetzt in den Laser reinkomme Hehehe 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 Äh Warte Wir müssen ja noch irgendwie nochmal hochkommen So, dann musst du dein Wie sind wir da nochmal rübergekommen? So Und so Da muss, äh, stimmt Und rüber Und den Laser müssen wir dann, wenn wir drüben sind machen Hehehe Hä? Achso, ne, ich kann nicht rüber, deswegen Hallo Hallo So Und jetzt musst du einen Laserstrahl ändern Also entweder du oder ich, ist egal Warum dorthin? Was? Guck einfach mal neben dich Was mach, hä? Du musst da hinsetzen, Junge Irgendwie Und dann musst du hier, ne, das ist falsch Ja, weil er so schief ist, deswegen geht das grad nicht Oder warte Was ist wenn ich denn jetzt hier, hä? Konntest du den in die gerade setzen? Ja, dann musst du den hier abfangen und hier hin machen, glaube ich Oder? Wird der dann gerade? Ne, wird nicht, wird nicht Hä? Was haben wir jetzt gebaut? Wie nun endlich ein Strahlbisch aussieht Wie nun endlich ein Strahlbisch aussieht Wie nun endlich ein Strahlbisch aussieht Vielleicht müssen wir auch, warte Bleib du oben Ich muss nochmal da hoch, zum testen Du musst dann wieder das Portal dahin schießen Ähm, dahin Und dahin Ein bisschen mehr hier Ein bisschen mehr hier Okay Ja, passt eigentlich so Dann kann ich hier Wupp Ja, ich kann den Ich kann den halt so Warte mal Du hast aber hinten, ja Ganz, ganz dumm Äh, ganz, ganz schwer Ähm So So Ja, bringt mir aber auch nicht viel Ja, warte, weil ich glaube, was unbedingt werden muss Mhm Jetzt Jo, kann ich was machen Okay Warte Das ist Der ist so Also du kannst da Tab drücken Dann siehst du es ja Ja Oh, was ist denn wenn Ja Wo? Okay Nein! Nicht weg gehen! Setz mal auf den Boden So Wir haben es Ja Jetzt musst du nur rüberkommen Okay Irgendwie Irgendwie So wie mal Ähm Da sind ja die Portale weg Kann ich vielleicht Ah, aber der Würfel ist schon ausgerichtet Aber Das Portal da hinten verschwindet ja dann Oder? Ja Eigentlich schon Und ich kann ja auch hier Warte mal Warte mal Hä, vielleicht kannst du mich auch da mit einem Portal rüberbringen irgendwie Ja, dann sind ja Naja, okay, meine Portale sind ja egal Du musst jetzt ja bloß noch hochkommen Ja Aber ich komme eben nicht an den Ich komme bloß nicht da drüben ran Wo? Da wo ich gerade hinzeige, an diese Fläche da Ah Was für'n Scheiß Ich weiß wie es geht glaube ich Ich mache einfach mal Matte Das war falsch rum Na ja, bringt uns jetzt auch nicht mehr Warte Dann musst du diesen Laserstall wieder machen Ja, das kriege ich nicht immer hin Ich kriege keinen Laser Hä? Ich kann dich jetzt rüber holen, ja Nein So Weil der Laser, der geht ja von dir da oben aus Oder ging Alter, wieso kann man nicht? Ah doch geht Alter, ich trick's hier ja richtig rum Und jetzt komme ich da hin Nein, nein Jetzt müsste ich dagegen denken Geht nicht mehr So geht das einfach nicht Ich dachte, das ist schon irgendwie richtig Weil da könnte ich das umstellen Und da ein Portal setzen Ja, dein Laser ist ja weg Ja, den sammle ich ja jetzt ein So Wegen dem mache ich das ja Nein, nein, nein Hä? Ja? Keine Ahnung Ich wollte doch richtig irgendwas cooles machen Hä? Wenn du schon nichts cooles kannst, dann willst du was cooles machen Und das bringt dir nichts Hä, aber du kannst ja deine Portale auch benutzen Ja, aber ich komme von hier aus nirgends wo ran Das ist es ja Ich komme hier hinten an die Fläche, hier an die Fläche, hier an die Fläche, da an die Fläche Ja, du kommst da hin? Da an die Fläche komme ich Da an die Fläche komme ich Da und da, das war's Ja, dann kannst du mir schon helfen Warte Aber ich kann eben keinen Strahl dort unten holen Ich muss ihn irgendwie herholen Ja, ich kann Ich brauche ja nur Das ist das hellblaue Ja, das passt schon Eigentlich Dann kommt das Nee Doch, 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 warte Dann kommt das Tier raus Dann würde der Strahl hier so rüber gehen Lol Äh, warte, einfach mal ausprobieren Ähm, ich muss jetzt hier rüber So Alter Was muss ich jetzt nochmal machen? Ich bin jetzt komplett überfordert Äh, ich weiß es auch nicht mehr Ich kann nicht da drüber Bugsieren, das war's Ich kann nicht wieder da hoch Das war's dann Nee, warte, warte, warte Ich glaube ich muss eins höher Ah, stimmt, ich muss eins höher Mach hier schon mal irgendwie Warte, wie ging das Setz ein Pod Ist jetzt ein Portal hier oben, wo ich bin Und das an Ja, genau So, so war's vor uns auch gewesen Und jetzt tu das Warte, ja, ich seh schon Bisschen höher Ich flieg nach oben Passt schon so, hoffentlich Nee, egal Das ist aber nicht so wichtig Jetzt kann ich hier Und jetzt, warte, warte, warte Das rote Setzt du jetzt hier hin Ich hab schon Hier hin Ja Weil ich jetzt dann hier Okay, hä? Ah, ich bin zu hoch Oh Was jetzt? Das ist auch meine Schuld Weil ich hab gedacht, du bist so hoch Deswegen wollte ich das Portal weiter runter setzen Aber es war zu weit unten Du musst das hier so in die Mitte Am besten Geht jetzt? Warte, du musst das Ich muss mich da beeilen Warte, jetzt hab ich Ich hab Ich hab das frei Nein, das ist was Falsche Oh Gott Es wird sehr spannend, was er hier vorhat, Leute Ich kann sich nur noch eine Stunde Oh Gott, jetzt muss ich alles wieder von vorne Oh Mann, jetzt muss ich Alles von vorne denken Einfach ganz normal hier hoch Und dann So So Äh So Hast du deine Portale noch? Ich hab die noch Hier oben, also Okay Ja, das passt dann Warte, warte, warte Welches muss sich ändern? Ich weiß es nicht Nichts machen Nichts machen Nichts machen Ich weiß Das heißt, glaube ich Nein Ich war zu langsam Mach mal Das wird immer spannender und spannender Es wird immer spannender und spannender Auf immer geht der Scheiß nicht mal Ah, warte, so Ey, mach dein Portal bitte Mehr nach da Ja Hier in die Mitte Kannst du das nicht, da? In die Mitte Hier, perfekt, perfekt Lass es da Okay Ne, warte, ich muss Ah, ne, das war richtig Das war nicht Das ist eine der langweißen Folgen Das ist eine der langweißen Folgen, glaube ich Das kann sein Weil ich habe selber überhaupt keinen Plan Ich guck die die ganze Zeit jetzt, äh, zu übertab, aber Ich kann ja nicht viel machen, das ist es ja Jetzt muss ich Jetzt muss ich Jetzt habe ich nicht ver- Nein Das war richtig Hä? Ah, 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 ich habe es wieder verkackt, aber jetzt bin ich in einem Kreislauf Ich muss, ich weiß nicht wo ich mich hin drehen muss, hier Ja Als ob ich hier nicht raus schieben kann Kann ich hier, was? Okay, nochmal Das ist ganz, ganz einfach, was ich, oder? Ich weiß nicht, ob es einfach ist Keine Ahnung Man kann da nicht raus Okay, meine Teorie ist komplett komisch Ich komme mal mit runter, ich komme mal kurz mit runter wieder Weil du kannst da nicht raus schießen Wir müssen jetzt eigentlich nur versuchen, irgendwie wieder hochzukommen Ja, und diesen Strahl halt mitnehmen Deswegen komme ich mal kurz runter Wieso? So Hä? Wo bist du jetzt? Achso Ähm, nehm den Strahl mal mit Null Strahl Und Ja, okay Falschrum Äh Ja, dann mach ich mal ein Pia, probier mal da Probier mal da hoch Ich will mal gucken, wo er dann ist Da geht er ja so lang und wir müssen ihn andersrum haben Weil dann gehen wir hier lang Und wenn wir hier sind Kommst du? Ja, aber ich will mein Portal eigentlich überhaupt nicht persönlich benutzen, weißt du? Ja, brauchst du auch gar nicht ein, wenn das funktioniert Welches Potch? Achso, ich... Äh... Ja Ich weiß, was du vor hast, aber... Geht es? Ja, es wird funktionieren Du musst das sehr blauen Musst du ändern Vielleicht über dir? Ne, dann gehen wir wieder zu... Warte Nein, fahr mal da drüber Müssen wir jetzt hier hoch? Warte Mach einfach mal, mach einfach mal Geh, drück mal W Ja, ich drück die ganze Zeit W So Vielleicht so hin und her weißt du, dass wir so auf die Höhe kommen und dann dort oben rauf springen können Ja, das kann sein Habe ich ja vorher schon gemacht So Jetzt musst du gleich hier das mitnehmen Versuchen Hälbler, Hälbler, nach oben Ja, warte, du musst erst W drücken Nicht drücken Ja So Jetzt, pass auf Ne, wir müssen noch mal hoch Ne, ne, ja, ja Oder? Ne, kannst du es mitnehmen? Kannst du es mitnehmen? Versuch mal Ne Aber wir können noch mal eine Wir können noch mal eine runterdrehen, okay Diesmal müssen wir nichts drücken Einfach Wow Muss ich mal gucken, wo ist denn der Laser? Der Der schießt jetzt dort an die weiße Wand ran Mach mal hier nochmal eins hoch Jetzt Müsst es gehen Ne Doch Nice So Aber der wird nicht ausgelöst Und ich hab nicht Hey Ne 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 vor die Suche ist der Hälfte ich glaube ich werde ein paar Tier die Kumpel ich muss eben was ist nun wieder auf so leute ich glaube in den Mixport wird glaube ich hoffen man nicht ganz zu lang gehen wenn sie mich jetzt ein bisschen zu spät ist ich hab mir die Idee wie das funktionieren kann euch ja ich auch der Würfel ist nämlich gerade nicht gesetzt deswegen funktioniert das gerade nicht ganz oft ja der Würfel ist nicht gesetzt ich würde sagen wir machen das nächste mal nochmal wir wissen jetzt ungefähr wie es jetzt funktioniert verabschieden uns beide mal schön mit einem Sprung ins Leere wir noch nicht mit einem Sprung ins Leere ich habe mir bald vorbei gibt einen Daumen nach oben wenn ich das trotzdem gefällt und dann bis zum nächsten Mal sagt er immer das Wort tschüss tschüss